hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge GTA Online mit den Dennis Hallöchen und der Nase juckt. Wir haben endlich das U-Boot gefunden. Ja genau. Wollen wir mal ein bisschen hier erkunden. Ich bin tot. Wie? Keine Ahnung. Warum? Läuft. Ich komme. Warte auf mich. Nein, du musst selber eins fahren. Wo ist denn eins? Nein, ich spawne gleich. Achso. Merk! So. Okay, man muss warten bis dahin ein neues Spawn. Nee, weil ich muss nur weiter wegfahren. Ich glaube, jetzt muss eigentlich ein Star sein, oder? Noch nicht. Schade. Müsst aber halt eins da sein. Nee. Okay. Oder geh nochmal ein bisschen weg. Okay. Okay. Mm-mm-mm-mm-mm. Undisia. Okay. Und. Und. Okay. Okay. Und. Und. Jetzt geh doch noch mal hin Äh, hochte grad vom Berg aus, da ist noch nix Nein, du musst weiter hingehen Achso, okay So, ui, yeah, yeah Nö, da spawnt nix Hä? Wie kommt man zurück? Vielleicht fliegt grad mit ein bisschen weiter weg, vielleicht kommen dann wieder Da bist du, ne? Ja Blup, ob, abgetaucht Das bist du, oder ist da grad eins gespawnt? Ne, ist grad eins gespawnt, glaub ich Oh Bin unter Wasser Ja, ja, da ist grad eins gespawnt Oh, alter Jo, nice, musst du bloß mit dem Heli ein bisschen weiter weg anscheinend und wieder kommen Dann können wir auch ein bisschen zeigen So, am besten wir fahren Ein bisschen hier runter Oh, ich bin auf Grund Bist du drin? Ja Oh, das sieht echt nice aus Wenn wir mit der First Person Ansicht... Ho, ho, hu ... Echt geil Ehh, jetzt muss ich auch mal auftauchen Äh, warte Wieso auftauchen? Muss man ab und zu Wasser linksen oder was? Ne, ich muss gucken, wo wir sind. So. Luft hast du doch innen drin. Ja. Wie taucht man ab nochmal? Leertaste. Ja, hier ist das Leertaste. Oder? Keine Ahnung. Aber es sieht echt nice aus. Äh. Oder wir fahren einfach mal nach draußen auf offenes Meer, meine Güte. Hm, ja. Können wir, können wir. Das ist echt bombast. So, hier ist noch wirklich flach. Ja, das stimmt. Boing, boing. Hauptsache es explodiert nicht immer nach einer Zeit. Aber es soll ja... Oh, es wird tiefer. Oh, nice. Was gibt's denn hier zu sehen? Echt Meerespflanzen und so alles. Aber noch keine Tiere. Ne, Tiere noch nicht, ne? Die sollen aber bald kommen. Obwohl, Fische habe ich schon gesehen. Also ein paar. Aber welche Tiere meinst du? Also Haie und hier ist schon sowas. Ui. Ja, ein Hai würde ich mal gerne sehen. Oh, hier ist Plankton. Okay, das ist nice. Das ist echt episch hier. Einfach mal mit dem U-Boot lang zu düsen. Echt nice. Warnung, maximale Tauchtiefe fast erreicht. Ja. Bei mir wackelt gerade der Controller. Echt. Aber wo es ein bisschen flacher ist, so da vorne, kann man gut sehen. Alter, wie das wie das gerade spiegelt. Tor richte ich denn gerade auf? Ich habe keine Ahnung. Oh, was ist da denn? So, eine Felswand. Ah, so taucht man wieder schnell auf. Ja. Okay, mit Shift ist das hier. Na gut, aber in der First-Person-Ansicht ist das echt nice gemacht. Hier kann man auch ein bisschen innen drin sehen. Oh, yo. Hey, du fühlst was? Da unten bist du. Die ranken ja im Wasser. Das ist echt schon nice. Ja, wird's mal in der Unterwasser-Folge. Kann man euch ein bisschen hier zeigen. Das sieht einfach nice aus. Okay, wenn du... Aua. Wenn du auftauchst, dann gehst du über in, äh... In der normalen Ansicht. Ja. Nein, Ronnerv nicht. Wir sind gerade unter Wasser. Oh, was schöne Pflanzen. Und da sind Fischchen. Boom, da sind wir aufgesetzt. Das ist der Simak. Oh, je. Boing. Das ist genau die perfekte Tiefe für das hier. Ah, ja, nice. Durch die Pflanzen. Kleine Fischchen. Mit... Habt du überhaupt keine Fische gesehen? Nee. Ich bin gleich an dir dran. Hö, hö. Können wir echt genießen hier. Das ist eigentlich schon eine Augenweile. Alle haben uns, glaube ich, gerampft. Ja, ja. Ein Berg! Alter, wie du gerade so ins Bild bekommen bist. Fischchen. Fischchen. Pflanzen. Pflanzen. Das ist ganz schön flach. Hier sind Jet Skis. Oh, wo... Fäuchchen lang. Ich glaube, ich schleife die ganze Zeit. Ja. Fast gestrandet. Nein! Was denn? Ich habe aufgesetzt. Guck sie euch an. Die Fischchen. Mit den Pflanzen. Echt schön anzusehen. Ich bin gerade über dir. Du fliegst, Scott. Nee, also Jet Ski. Ja. Alter, das ist was auch. Boing. Ui. Ich hatte aber viel aus, das Teil. Oh, ich habe gerade Texturprobleme. Ja. Oh, ich habe gerade entwickelten Texturprobleme. Okay. Oh nein, ich glaube, ich setze auf, gerade auf. Wenn ich Glück habe, komme ich hier noch raus. Ja. Logisch. Oh nein. Ja, gerade wirklich Texturprobleme. Ich glaube, jetzt habe ich auch aufgesetzt. Oh, die Wellen können mir helfen, vielleicht. Ja. Oh, er hat geschafft. Reicht das erstmal von der Unterwasserwelt. Sieht auf jeden Fall nice aus. Ja, wohin will er denn? So. Fahren wir auch mal noch Jet Ski hier. Nein, Ron, jetzt noch nicht. Oh nein, oh nein. Ich habe das Speedboot gefunden. Oh, nice. Große Wellen, Alter. Das macht Spaß. In echt würde das voll brutal sein. Oder weil es, glaube ich, regnet gerade. Wo bist du denn du gerade? Da, wo du nicht bist. Mist. Mist. Oh, echt heftige Wellen. Oh, das Leuchtturm hat geschlossen. Ich habe einen Stern. Ah, putsch. So eine kleine Wasser-Tour. Yeah. Wo ist er denn? Oh, ich glaube, weil es gerade regnet. Oh nein, ich habe nicht den Fahrer getroffen. Shit. Stirbt. Nein, bleib stehen, ihr Ganoven. Nein! Ist er abgestürzt. Oh nein. Oh nein. Wow. Ist er jetzt im Nichts verschwunden oder wie? Ach, Menno. Oh. Wie lang geht es so vor? Ähm Circa 16, 17 Minuten So glaube ich Dann komm mal hier ran Dann füllen wir noch zum Gefängnis Okay Latsch Boah Ich weiß gar nicht was das jetzt ist mit den Texturen ey Oh das ist ein Einschlag Ne doch nicht Sobald es regnet Kann natürlich auch sein Ich hab jetzt 59 Framerates gerade in der Luft Gut Nicht in der Stadt Das ist ja klar Aber Ja Ich bin schon glücklich dass mein Spielgrad nicht mehr abstürzt Boah Nur noch Texturen Probleme Ne Müssen wir beenden die Folge Okay Oh gut Tschüss Ach du liebes Bisschen Bams Das war eine neue Folge GTA Online Ciao 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 No gunshots, but they getting Lo 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 kinda Lo